Hallo, hier ist die Claudia von doTERRA Aromatherapie. Wie ich es in meinem Einführungsvideo über die Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA schon erwähnt habe, fange ich heute mit einer 30-Tage-Kur an. Und zwar die 30-Tage-Renewal-Kur von doTERRA. Ich habe hier so eine Übersicht und da steht eben, welche Produkte man in welchem Zeitraum nehmen soll. Es gibt dann Produkte, die nimmt man über 30 Tage hinweg und andere Produkte, die nimmt man dann jeweils nur 10 Tage. Ich habe jetzt hier erstmal angefangen mit denen, die ich jetzt nehme. Das habe ich heute Morgen alle schon genommen. Und zwar das erste ist dieses TERRA-SALM. Das ist der Verdauungsenzym-Komplex, unterstützt eine gesunde Verdauung und die metabolischen Prozesse. Es ist erstmal wichtig, dass man eine gute Verdauung hat, sonst nützt alle Entschlackung nichts. Wenn man jetzt die Leber entschlacken will und das Ganze gar nicht rausgeht, wenn man verstopft ist, dann richtet es eigentlich mehr übel an, als dass es hilft. Und deswegen ist die Verdauung einfach erst das Erste. Dann gibt es das Xenogreen. Das ist dann schon ein Entgiftungskomplex. Und das unterstützt gesunde Organe und die Reinigungsfunktion der Organe. Und zwar ist es eben die Leber, die Nieren, der Darm, die Lunge und die Haut. Und es unterstützt eben, dass die dann besser filtern können. Und man bereitet sich quasi 10 Tage darauf vor, erstmal, bevor man dann mit den anderen Produkten anfängt, die dann vielleicht noch tiefer reinigen, damit einfach alles schon gut funktioniert. Dann gibt es hier noch diese Softgase, die auch Xenogreen heißen. Das ist jetzt hier eine Mischung aus verschiedenen Ölen. Das gibt es auch als Öl. Ich habe das jetzt nur als Softgase gekauft, weil es eben diesen Monat im Angebot war. Und dann das Nächste ist das Slim & Sassy, das man auch als Kapsel nehmen kann. Das aber letzten Monat, das es im Angebot gab, als Öl, habe ich hier das Öl. Das spielt dann keine Rolle, ob man das Öl oder die Kapseln nimmt, je nachdem, was einem lieber ist. Und das Slim & Sassy ist auch bekannt. Das kann man auch nehmen, wenn man zum Beispiel abnehmen will. Das hilft eben auch, den Abitik zu zügeln und hilft auch allgemein der Entschlackung schon. Also ich werde jetzt die vier Produkte mal den ganzen Monat übernehmen. Und dann zwischendurch werde ich dann auch noch andere Videos machen und die anderen Produkte vorstellen, die ich dann später noch nehme. Das war jetzt mal die erste Einführung. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie es mir so ergeht, weil ich jetzt halt erst heute Morgen angefangen habe. Bis bald!